Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie sind ein Befehl durch das Leibnum! Oh, meinst du das also, Gettel? Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärmalationen nur behindert! Es hat mit denen nur effektive Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Das konnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er Sie erschießen will! Das war's. Ich bin die Kugel-Fahrer. der kam. Basin, Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kommt abagum, ein Mädchen kommt rum, wenn Blackie comes down to high low. Oh, poor old man. En la entrada de 1939, la España nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. In der Spanien, in der Spanien wir nicht ein Haus ohne Familie, oder eine Familie ohne Pan. In der Entschluss, in 1939, die Spanien-Nationale eröffnet allen, mit seinen Glorien und Heroikos-Sacrificien, die die Wunschung der Welt, mit der Spanien und der Spanien.